Einmal nicht aufgepasst, schon ist der Finger ab. Bei der Arbeit mit der Kreissäge kommt das noch oft vor. Der amerikanische Hersteller SawStop hat sich hierfür was überlegt. Deren Kreissägen nutzen die natürliche Leitfähigkeit der Haut. Bei Kontakt mit der Haut reagieren das unter Strom stehende Sägeblatt und Motor innerhalb von 5 Millisekunden und bringen das Gerät zum Stopp. Damit sollen seit 2004 schon mehrere tausend Finger gerettet worden sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017